Die haben wir natürlich immer noch im Inventar. Ich fühle ich das, wenn wir brauchen. Ja, dann kommen wir auf die Seite. Ach, der Bleu, der Bleu, der Schlesse. Wir kommen dann dahin. Ah, ja. Jetzt ist alles an. Tja. Das Elektronikteil vielleicht. Ein Kreton mit Elektronikteil. Fantastisch. Tja. Für die Kumpel wird sowas von relevant noch werden. Deswegen können wir es auch nicht wegwerfen. Das Messer könnten wir wegwerfen. Aber das wäre idiotisch. Was habe ich denn mit diesen bescheuerten Lauenstützen mitgenommen? Ich habe irgendwo eine gelbe Kiste rum, die wir noch mitnehmen müssen. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Was ist so ein Beispiel? Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Stand Wir wollen ein Zombie hätten gewonnen, wo wir das Messer loswerden könnten Wir können Schlüssel wegwerfen Dann brauchen wir den wahrscheinlich nicht mehr, wenn wir den wegwerfen können Dann tun wir das Dann haben wir alle Türen damit geöffnet Jetzt mal untersuchen Entschlüssel Ein Elektro-Teil Das ist ein Autoschlüssel Für eins dieser Autos hier Eventuell MAPIDI MAPIDI 7, 4, 3, 0 4, 5, 0 0 5, 0 5, 0 6, 0 alle Für irgendein Auto muss das ja sein. Was klappert denn hier so? Und das Auto allerdings nicht. 7439, das müsste es doch sein, oder? Warum können wir den nicht öffnen? Knöpfen. Gewährschaft. Aha. Das muss kein Gewehr dabei haben. Das war so erstmal liegen. Wir haben ein Elektro-Teil. Das könnten wir doch jetzt... ...einen Zählen doch benutzen. Die natürlich nicht. Verzweckungsdaten. Die Schlüssel nicht damit wegwerfen? Und ja. Das braucht man ja nur für das Auto. Und das ist jetzt offen. Deswegen haben wir noch nicht erkundet. Ja, da fehlt uns noch die... ...Schießpülper. So, zum Zählenblock nochmal zurück. Die stehen bestimmt alle nochmal auf, sobald wir das hier gemacht haben. Können wir sehen, wenn ich ein paar schon geschossen habe. Okay. Wir haben einen Elektro-Teil eingefügt. Wunderschöner-Teil. Und da waren wir noch nicht. Wunderschöner-Teil. Und... ... tut's das nicht. Wunderschöner-Teil. Wunderschöner-Teil. das Kabel Ah, hier können wir jetzt vielleicht durch. Das ist keine schlechte Idee. Zum Schießstand. Wir bitten, dass wir da dann das nächste Elektro-Teil finden. Finde ich aber lustig, dass die Elektro-Teile heißen. Und so, er war da. Rot-Code. RGB-Code. Entfüllen. Entfüllen. Gibt es hier noch etwas anderes außer dem Füllen? Ich nenne das Hotel. Und haben wir das schon mitgenommen hier? Ja. Ja. Understood. Wie geht es? Ich komme da vielleicht jetzt durch. Scheiße. Eine klemmte in der Tür. Warum sind die denn jetzt aufgestanden? Ja. Die Messer sind in der Tür. haben hier draußen würde ich gucken ok, da können wir nicht durch transformator, warum gibt es noch eine Sache, die ich machen muss scheißtafen ja, also das zweite Teil, da stehen die wieder auf Elektro-Teil ok, einer war im transformator, warum war das der, den wir gefunden haben, ich glaube ja das ist auch ein bisschen zur C-Station die Pausen gehen wir nochmal in transformator rum noch ein Rätsel offensichtlich noch nicht gelöst nächen, hallo nichts übersehen die Spurmore So, ich habe die Funktion. Okay, dann hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Wir müssen das Rätsel. Das muss man erstmal herausfinden. Das sind nur die ersten, die letzten beiden. Ach und die. Oh, keine Munition mehr. Geil. Okay. Okay, wir müssen hier durch den Zwinger durch. Geil. Ähm. Um da hinzukommen. Okay, wir haben keinen Schuss mehr. Vielleicht können wir entkommen. Ach du Scheiße. Nein, 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 rein. Einfach entkommen. Keine Munition verschwenden. Ah, toll, jetzt sind wir hier wieder. Ah, jetzt sind wir hier. Fantastisch. Ein Safe Room. Ausdorfen will ich das nicht. Könnt ihr es mitnehmen. Besonders Munition brauchen. Die verfixte 13. Wissen. Ah, Munition. Warten wir doch bestimmte Truhe. Und das hier verstauen. Und das hier verstauen. Ein Letztroter. Idee. das haben wir gebraucht warum das werkzeug demnächst speicheln es ist aber erst mal hier drin zurück in die garage das können wir wahrscheinlich noch nicht raus aber wir können was wollen wir da noch mal den zellen blick öffnen aber dann bestimmt nicht an die karte rankommen jetzt bestimmt nicht da draußen flut extra mal munition verschwendet zwei schuss veränderung ist das großartig ich habe nicht mehr so viele schuss wo ich habe eine pistolen müssen habe ich jetzt mal wieder die sicherung passt jetzt hier rein natürlich nicht natürlich tut sie das nicht ok wozu sind wir dann hier wieder runter gegangen ok das hilft uns zu scheinen erstmal nicht weiter an dieser stelle da kommen wir jetzt noch nicht raus was für eine überraschung das spiel ist noch nicht vorbei hier 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 ich nutze die gunst der stunden hier nochmal zu speichern ok hier 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 Und hier Ein Messer Ah, hier ist es nicht so, hier müsste ich schon mal bein Jetzt steht der jetzt wieder auf. Pure Verschwendung. So, wir sind noch komplett ohne Munition. Finde ich geil. Das müssen wir messern. Jetzt sind wir wieder hier. Und haben den Teil erkundet. Können wir da jetzt irgendwo lang? Jetzt sind wir wieder im Haupthaus zurück. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das waren wir schon. Ah, Munition. Sehr hilfreich. Gut. So genau. Hallo. Juhu. Zeit zum Sprecher. jetzt haben wir die tiefgarage eingeschaltet ich bin wieder zurück jetzt war ein Zombie gut, so viel dazu das können wir nicht nochmal durch ich dachte, wir wären eine Freiheit ich bin wieder zurück